und zwar muchachos und liebe freunde hier ist wieder schießt tippe heute geht es los erstes video ist noch nicht so richtig mit shisha sachen und so ist einfach eine erweiterung von meinem vorstellungsvideo also heute erzähle ich einfach nur über mein leben etwas wer ich bin was ich zu meiner freizeit mache was ich für hobbys hab ne ja komm erst mal zu meiner person ich bin 21 jahre bin dann 48 geboren hier 90er baujahr natürlich kommen aus ghana gesehen die meisten wissen das ja von meinen fans freunden ja ich habe im moment noch keine ausbildung leider ist auch egal brauche ich zu zweit auch nicht ja was ich was mache ich in meiner freizeit wenn ihr euch das fragt ja ich bin sehr großer personal pierce fan darum ist es auch sehr schwer für mich dass paul walker vor ein paar jahren gestorben ist 2013 das geht mir sehr nah natürlich na ja ich bin leidenschaftlicher lkw sammler so eine modell lkw kennt ihr bestimmt weiß ich nicht ja wie ihr schon vielleicht im hintergrund seht so ein ganz klein so ein bild vom mount rushmore irgendwann werde ich euch das dann komplett zeigen kommt auch eine roomtour ja was kann man noch erzählen ja wie gesagt warum shisha oprah ne sehen wir auch hier mütze mütze oprah oprah ich rauche jetzt gerade zwei shisha in meiner crt shisha von oprah da rauche ich gerade mein eigener tabak drinnen das nenne ich ähm skippys brain fucker ist eine eigene mischung ja irgendwann verrate ich euch noch was da drin ist weiß ich noch nicht wenn ihr fragen habt oder wenn ihr was wissen wollt schreibt in die kommentare und freut euch auf mehr denn morgen geht es los und zwar richtig los am 7 wie ich schon mal auf facebook geschrieben habe am 17 9 2015 geht es endlich los mit meinem kanal also freut euch drauf ich würde mich über einen daumen nach oben freuen und über kommentare würden wir auch super freuen und daher macht gut